Musik Wie kommen wir nach dem Hürburgring? Wie all die Jahre befinden wir uns wieder hier auf dem Hürburgring, Grüne Hülle auch genannt, eine absolute Traumstrecke für jeden Rennfahrer. Am Motorsport fasziniert mich vor allem der Einsatz der Teams. Wenn man live vor Ort ist und man sieht, was alles dahintersteckt, damit das Auto überhaupt fahren kann, das ist echt faszinierend. Mit Bildstein habe ich Glück gehabt, dass ich an eine Firma geraten bin, die mehr nach Engagement geguckt hat als nach schulischen Leistungen. Unser Kundenbereich ist sehr vielfältig. Da ist eigentlich vom SLS über einen R8, Ferrari, Jaguar, alles Mögliche dabei. Vor zwei Jahren haben wir eine Entwicklungspartnerschaft mit Aston Martin begonnen und sind mittlerweile zu 100% in der Serienausrüstung. Seitdem sind wir mit einem blau-gelben Aston Martin GT3 auf der Nordscheife vertreten mit der Startnummer 007. Musik Bei so einem 24-Stunden-Rennen zählt das jede Minute. Für den Kunden kann das im schlimmsten Fall natürlich das Aus bedeuten, wenn die keinen Stoßdämpfer zum Fahren haben. Er hat Herzblut, was absolut wichtig ist für unseren Job. Daran sieht man, auch wenn man nur einen Hauptschulabschluss hat, wenn man den richtigen Biss am Tag legt, kann man auch viel bewegen. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020